Sie haben alle Anweisungen bekommen? Noch irgendeine Frage? Hast du keine Angst? Ich weiß nicht. Ich würde es nicht tun. In einem Mädchenpensionat in England geschehen unheimliche Dinge. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Bitte, bitte lass sie weg. Der Mönch mit der Peitsche. Ein neuer Film der berühmten Serie. Inspektor Higgins von Scotland Yard kämpft gegen eiskalte Verbrecher. Sie werden mich jetzt zu ihrem Chef fahren, aber nicht mit verbundenen Augen. Wenn Sie schon einen aufhängen wollen, warum denn nicht den Richtigen? Warum denn nicht den Gärtner? Warum denn ich den? Ich? Warum denn ich? Inmitten fröhlicher junger Menschen geht ein Mörder um. Eine Spur führt ins Zuchthaus. Wir haben keine Zeit, los, steig ein. Bis hierher reicht die Macht des großen Unbekannten und öffnet seinen Helfern alle Türen. Ein echter Edgar Wallace. Der Mönch mit der Peitsche. Ein Meister der großen Unterhaltung inszenierte diesen neuen Spitzenfilm. Was hat denn ein Mönch in einem Mädchenschlafsaal zu suchen? Ein Mönch ist doch keine Nonne. Nein, aber ein Mann. Ach es. Lassen Sie mich los. Was hast du erzählt? Ich habe noch gar nichts erzählt. Aber ich werde es. Du sagst gar nichts. Du hältst deinen Mund. Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie nichts damit zu tun haben. Ich jedenfalls werde meinen Mund nicht halten. Das wird dir noch leid tun. Das Grauen geht um. Hilfe! Hilfe! Alle diese Morde sind unter Ihren Augen geschehen und Sie konnten es nicht verhindern. Die Polizei kommt immer zu spät. Hilfe! 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 Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Nach dem großen Erfolg des Films Der unheimliche Mönch. Nun der neuste Edgar Wallace Film. Noch spannender. Noch unheimlicher. Werfen Sie die Waffe weg! Und vor allen Dingen in Farbe. Der Mönch mit der Peitsche. Aber wer ist denn nun eigentlich der Mann, der hinter dem Alpen steht? Ist es der hier? Das erfahren Sie bald, in diesem Theater. Das erfahren Sie bald, in diesem Theater. Der Reise Muito synagogue. Una nacht, in diesem Theater. Schon genau. Vielen Dank.